Hallo zusammen und weiter geht's. Das nächste Teil, das wir jetzt machen als Warm-up, haben wir ein 8 Minuten M-Rep. Um 2 machen wir 20 Mountain Climbers, 30 Around-the-World-Lunges, 6 Down-Dog-Toe-Touches und 3 Around-the-World-Leg-Circles. Ich zeige es euch schnell vor. Mountain Climbers können in dieser Position machen die Variante, die ihr einfach das Knie vorne ziehen. Hier könnt ihr wirklich schnell wechseln, den Boden vorne nicht berühren, sondern das Vorderbein schweben gehalten. Hier machen wir die 20 Stück. Dann stellen wir auf und machen den Around-the-World-Lunges. Das heisst, wir machen den Launch vorwärts rechts, den Launch seitwärts rechts und hinten rechts. Und dann machen wir weiter. Jetzt sind wir 180 Grad. Jetzt gehen wir mit dem linken Bein hinteren, dem linken Bein raus und dem linken Bein vorne. Das ist einmal Around-the-World. Das machen wir dreimal. Dann Down-Dog-Face, äh, Toe-Touches. In dieser Position können wir jetzt hier, um sich gegenüberliegenden Zeichen zu berühren. Das macht ihr sechsmal von der Seite. Da solltet ihr eigentlich immer einen guten Stretch im hinteren Teil des Beins spüren. Eventuell sogar bis in die Wäldlinge. Und dann Around-the-World-Leg-Circles. Die könnt ihr abblicken. Die Hände am besten unter das Gesäß. Dann ist genug streng. Die Beine und Füße schön strecken. Und dann machen wir drei grosse Circles. Das ist einer. Zwei. Drei. Und dann die andere Seite. Und das Ganze, wie gesagt, acht Minuten. Dann sind wir super warm.